Im siebten Video soll es um Grafikkarten für den AGP-Bus gehen, in diesem Falle hier von SIS. Mit dem Aufkommen des neuen AGP-Buses, mit dem Pentium 2, gab es natürlich auch eine neue Generation Grafikkarten. Und auch da gab es nochmal Hersteller, die so an der Schwelle dann so langsam verschwanden wie SIS. Silicon Integrated Systems ist ein chinesischer Hersteller, der damals viele solche Grafikkarten hergestellt hat. Wir haben hier eine AGP-Zweifach-Grafikkarte, die auch nur über eine VGA-Ausgabe verfügt. Die Tagfrequenz liegt mittlerweile bei 133 MHz. Wir haben wahnsinnige 8 MB Speicher, also hier vier Blöcke A2 MB. Und wir haben eine MPEG-1-Unterstützung, das heißt, diese Grafikkarte war in der Lage, DVDs oder CD-Filme ruckelfrei abzuspielen, weil das schon in Hardware beschleunigt wurde. Ansonsten war der Hersteller aber nicht gerade für seine Grafikkarten bekannt. Die Grafikkarten hatten zwar eine relativ gute Signalqualität, das heißt, jetzt rein visuell gab es da bei 2D-Anwendungen nicht viel zu kritisieren, aber im 3D-Bereich hatte diese Grafikkarte fast nichts zu melden. Zeitgenössische Grafikkarten von ATI oder Nvidia waren in 3D-Anwendungen mindestens 40% schneller und entsprechend hat sich der Hersteller auch nach einer Generation später dann vom Grafikkartenmarkt verabschiedet und hat dann noch bis 2006, 2007 ungefähr weiterhin Chipsätze gebaut. Und als Chipsatz-Grafikkarten haben sich dann diese 2D-Grafikkarten sogar noch relativ lange gehalten, in Servern sogar bis 2008. Insgesamt war das mit diesen AGP-Grafikkarten dann aber schon, wie gesagt, die nächste Generation. Und das wurde dann eben passend im AGP-Bus hier eingesteckt, sodass man jetzt mit dieser SIS-Grafikkarte und einem Pentium II dann quasi einen zeitgenössischen Computer hier zusammengestellt hätte, der damals so verkauft worden wäre für zum Beispiel Office-Anwendungen. Morgen geht es dann weiter im Sound-Bereich.